Hey, guten Morgen, oder Mittag haben wir schon, oder? Ja, guten Morgen, richtet sich so ein bisschen auf meine innere Konstitution, ich habe irgendwie das Gefühl, der Tag ist schon fast rum, ich bin um vier Uhr aufgestanden heute Morgen und habe gedacht, hey, mach dich mal auf den Weg nach Frankfurt, das wird cool heute, da bin ich, richtig schön mit euch, richtig, richtig gut und ja, ich feiere eure Leute, ich feiere euren Pastor, ich feiere die Leute, die ich kenne hier aus der Kirche und ja, wir haben euch voll auf der Page, wir stalken euch, wir gucken, was ihr so macht und wir feiern das riesig, was sich hier entwickelt, richtig, richtig gut, was ein Vorrecht bei euch zu sein, komm, wir beten noch gerade zusammen, ja, Jesus, ich danke dir, dass du was Großartiges schaffst hier in Frankfurt und mit den Menschen, danke für jeden, der hier ist, du wirst heute morgen in sein Herz, in sein Leben hineinwirken, danke dafür, dass du was vorbereitet hast für uns und ich lade dich so sehr ein, heiliger Geist, dass du Raum nimmst hier, im Namen Jesu, Amen, Amen, ja, danke für den warmen Empfang, Lena, vielen Dank. Nun, das Wort Gottes, Predigt, irgendwie sammelt man sich ja auch deswegen auf dem Sonntag, weil man was hören möchte, oder, was man mitnimmt, deswegen schreibt gerne mit oder guckt, wo ihr es reinschreibt, kleine Zettel am Kühlschrank oder ins iPhone oder ich habe so ein Tagebuch, wo ich Dinge reinschreibe, bin auch noch so ein bisschen oldschool, also für mich muss es irgendwie auf Papier stehen, dann ist die Salbung da, aber das ist glaube ich mehr so altersbedingt. Ein paar Wochen her, dass wir Weihnachten zusammen gefeiert haben, also jetzt nicht wir, sondern wir als, 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 ja, Nation, oder? Dann ist alles immer gut und vorbereitet, also man fängt dann ja schon Ende August an, Spekulatius beim Aldi reinzustellen und Dinge entwickeln sich und dann wird man es, je dichter es kommt, desto stärker wird es und auch bei uns, wir haben uns dann damit beschäftigt, wie bereiten wir denn so einen Heiligabendgottesdienst vor und wir sind eine Kirche, die ist 90 Jahre alt oder eigentlich 91 jetzt schon, so eine richtig alte Oma. Ich weiß noch, als ich hinkam, das war echt eine alte Oma, aber mittlerweile sind wir ein bisschen sexy wieder, wir haben die Oma in Pumps gestellt und das ist richtig cool, Gott schreibt Geschichte mit seinen Kirchen. Aber wie gesagt, man macht sich so Gedanken, wie sieht denn so ein Gottesdienst aus, Heiligabend und so und dadurch, dass wir so ein Publikum haben, dass auch das so sehr gemischt ist und wo ganze Familien kommen, versuchen wir immer so ein bisschen Anknäufigungspunkte zu finden, dass man sich wiederfindet in diesen Gottesdiensten. Das heißt, wir bauen ein paar liturgische Sachen ein oder so Sachen, die auch jemand kennt, der jetzt nicht so oft zur Kirche kommt und einer der Punkte, an dem man sich so festmachen kann innerlich, ist ein Krippenspiel. Wisst ihr, was ein Krippenspiel ist? Schon mal mitgewirkt in so einem Krippenspiel? Okay, das Faszinierende an solchen Krippenspielen ist ja, man findet für jeden eine Rolle. So, da gibt es die ganz kleinen, die kriegen dann irgendwie so ein Flukati übergelegt und sind dann scharf. Und wieder andere kriegen dann prominente Sprechrollen und so. Und da gibt es so eine Figur in dieser Weihnachtsszene, das ist der Josef. Und Josef ist der Typ, dem traut man keine großen Sprechrollen zu. Ehrlich nicht. Also das ist so der, dem man so einen Stab in die Hand drückt und sagt, zerbrich ihn nicht in den nächsten 45 Minuten und ansonsten versuch einfach gerade stehen zu bleiben. Ja, das ist so der Typ, der dann so loszieht und immer gucken muss, ob Raum in der Herberge ist. Und dann klopft er irgendwo an die Tür und dann geht die Tür schon auf und der Herbergsvater sagt immer viel mehr als Josef. Eigentlich sagt Josef nie was. Und nicht mal in der Bibel. Ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, von ihm ist nicht ein einziges Wort überliefert in der Bibel. Und trotzdem ist er ein Typ, dem Gott seinen Sohn anvertraut. Und irgendwas muss an dem Typen sein, oder? Gott vertraut ihm seinen Sohn an. Das Kostbarste, den eingeborenen Sohn, wie Luther übersetzt. So, warum und alles in der Welt vertraut man so einem Kind Josef an? Und ich glaube, weil er charakterstark war, weil er es wirklich auf der Spur hatte. Und weil, wie wir gleich sehen werden, er Gott kannte. Schaut mal, er ist der Mann, dem Gott seinen Sohn anvertraut. Das Kostbarste, ich habe es eben schon gesagt, den eingeborenen Sohn. Und dieser Mann hat Charakter, woraus leite ich das ab? Nun, in den frühen Tagen wurde man sehr, sehr früh verlobt. Also eigentlich schon so als Kind. Vier, fünf, sechs Jahre alt und du wurdest verlobt, du warst einander versprochen, alle wussten es, die Familien hatten das klar gemacht. Und dann wuchs man auf mit dem Bewusstsein, das wird man meine Frau. Mit der bin ich verlobt. Und verlobt war jetzt nicht so wie bei uns heute festhalten und weitersuchen, sondern das war etwas, wo man sehr stabil, jetzt habe ich euch wieder, ja, wo man sehr stabil wusste, das wird meine Frau werden. Und irgendwann führte man sie nach Hause. Und schaut, jetzt auf einmal ist sein Mädchen schwanger. Und er wusste, da habe ich nichts mit zu tun. Und jetzt will er sie, so sagt die Bibel, heimlich verlassen. So, wenn alle Welt weiß, du bist mit jemandem verlobt, sie ist schwanger und du machst dich aus dem Staub. Dreimal darfst du raten, wer das Bashing abkriegt. Alle werden denken, boah, ey, hast du nicht genug Charakter, jetzt wenigstens bei ihr zu bleiben? Kannst du jetzt nicht dazu stehen? Ja, so, also er würde alles auf sich nehmen und würde auch das Bashing auf sich nehmen. So ein Charakter war er. Aber nicht nur, dass er einen guten Charakter hatte, was viel stärker auffällt im Zeugnis der Bibel ist, er weiß, was die Stimme Gottes ist. Er kennt die Stimme Gottes. Er weiß, wann der Herr geredet hat. Er ist wie kein Zweiter in der Bibel geführt und gelenkt durch Träume und das, was Gott ihm im Traum und im Bild zusprecht. Er hört, dass Jesus geboren werden wird von Maria, seiner Verlobten, dass er der Retter sein wird. Das wird ihm im Traum gesagt und er glaubt es. Und er richtet seinen Handel danach aus. Also er hört etwas im Traum, er sieht etwas als inneres Bild und er richtet seinen Handel danach auf. Er tut es. Er träumt und er tut. Immer wieder finden wir im Kontext von Josef diesen Zusammenhang. Er hört und er tut. Er sieht und er macht. Das ist immer wieder Stereotyp, kannst du das aufrufen. Und so gestaltet er den Weg derer, die ihm anvertraust. Und er führt diese kleine Familie und das Baby Jesus durch diese wirren Zeiten damals. Er navigiert sie durch den Strudel der Zeit. Er navigiert sie durch dunkle Tage da, wo man Jesus nach dem Leben trachtet. Und er wird immer innerlich geführt von dem, was er innerlich hört, sieht. Und dadurch, dass er es umsetzt und tut, gestaltet er eben den Raum und den Weg für Jesus. Und das ist ein paar Wochen her, da ist mir das erste Mal aufgefallen, obwohl ich schon so lange Pastor bin, dass Josef eigentlich nie einen Beweis dafür in den Händen hielt. Wisst ihr, er hat immer Dinge gehört, er hat sie geglaubt und dann hat er entsprechend gehandelt und getan. Aber er hat nie einen finalen und endgültigen Beweis in den Händen gehalten dafür. Josef wird das letzte Mal zum Aufruf gebracht in der Bibel, als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel ist. Also zwölf Jahre, das ist so vorpubertärendes Menschsein. Und in diesem Alter wird Jesus also jetzt in den Tempel geführt oder geht der Routine nach dem Tempel. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass er im Tempel war, sondern man war ständig dort. Das war der Wallfahrtsort, wo man einfach hinzog. Also wenn du mal irgendwie abgleichst, wie viele Tage die Juden unterwegs waren, gen Tempel und zurück und so weiter. Also das, was da als Feiertagsregelung zum Aufruf kommt, tut jeder Gewerkschaft zum Kindergeburtstag erklären. Also da waren richtig viele Tage, die man da immer raufzog. Und so war Jesus als Zwölfjähriger im Tempel. Er war ein aufgeweckter Junge, so wird berichtet. Und er muss ziemlich smart, ziemlich clever gewesen sein, denn er beeindruckt die Erwachsenen hier im Tempel. Aber nur die Perspektive, dass ein vorpubertierender junger Mann Erwachsene beeindruckt, macht ihn ja noch nicht zum Sohn Gottes, oder? Also wir versuchen mal die Perspektive von Josef aufzunehmen. Ich kenne auch Teenager, die versuchen mir die Welt zu erklären. Versteht ihr, was ich sagen will? So, was will ich sagen? Wir wissen nicht wirklich genau, wann Josef verstorben ist, aber alles deutet darauf hin und die Ausleger sind sich dahingehend einig, dass der Kirchenvater Hieronymus, der sehr, sehr früh und sehr nah an der Zeit lebte, als Jesus über diese Erde ging, er datiert den Tod von Josef noch vor der Taufe von Jesus. Was aber auch bedeutet, beziehungsweise ein Stück weit erstmal erklären würde, warum die Bibel so über Josef schweigt zu dem Zeitpunkt, wo Jesus öffentlich auftritt. Da lesen und hören wir nichts mehr von ihm. Aber wie gesagt, dadurch, dass er vielleicht schon tot war, damit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot war, oder wie Hieronymus es statiert, Josef lebte schon nicht mehr zur Zeit des öffentlichen Auftretens von Jesus, hatte Josef auch nie einen Beweis dafür in der Hand, dass das, was er innerlich gehört hatte, dem er Glauben geschenkt hatte, worauf er sein Handeln ausgelegt hatte, dass das auch wirklich einmal sichtbar und beweisbar in Existenz trat. So, er hat nie Wunder, Heilung oder Totenauferweckung erlebt. Er hat nie gesehen, dass das eintrat, was über ihm ausgesprochen war als kleiner Junge. Er hat nie gesehen, was aus Jesus geworden. Er hat nie gesehen, dass sich der Himmel öffnete und die Stimme kam und hat gehört, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat nie Wasser zu weinen, nie Auferstehung, keine Himmelfahrt. Josef träumte und er nahm diese inneren Bilder ernst und hat sein Handeln darauf ausgerichtet und er ging immer im Glauben auf das, was er innerlich hörte, was er innerlich wahrnahm. Und ich möchte, dass du das verstehst für dein geistliches Leben. Noch einmal, Josef glaubte diesen inneren Bildern. Es wuchs in ihm zur Überzeugung und er richtete sein Handeln und sein Glauben auf das aus, was er gehört und innerlich gesehen hatte. Weißt du, Träume kommen nur dann in Existenz, wenn wir sie glauben und danach handeln. Sie kommen nur dann in Existenz, wenn wir uns hineinlehnen und sie glauben und danach handeln. Deswegen meine Predigt für diesen Tag, das, was ich dir mitgeben möchte aus diesem Moment, den ich so prominent zu dir sprechen darf, ist träum weiter. Träum weiter. Wenn du nichts anderes behältst als diese zwei Worte, dann träum weiter. So habe ich diese Predigt genannt und ich will dich herausfordern, will dich fragen, was ist mit deinen Träumen los? Dürfen Träume dein Leben bestimmen oder bestimmen Träume dein Leben? Oder anders gefragt, weißt du, dass deine Träume ganz unmittelbaren Einfluss auf dein geistliches Leben haben? Sie sind am Ende das, was dich aufstehen lässt, was dich in die richtige Richtung orientiert, was dich mit Leidenschaft, dir mit Leidenschaft Hingabe lehrt und was dich auf die Spur setzt. Weißt du, dass Träume ganz unmittelbar dein geistliches Leben beeinflussen? Träume weiter. Josef war 17 Jahre alt. Das ist ein anderer Josef, den ich jetzt hier zum Aufruf bringe. Ein paar Jahrhunderte vor dem, den wir eben berührt haben. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gaben scharrten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Du willst also König werden und über uns herrschen, höhnten seine Brüder und sie hassten ihn wegen seines Traums und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Ich träumte, sagte er. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Träume haben mich schon immer fasziniert. Ich liebe diese Geschichten, wo Leute ihren Traum leben und in die Tat umsetzen, wo Träume erfolgreich umgesetzt werden, wo Menschen ihren Traum leben. Ich weiß nicht, kennt ihr Conny Reimann? Conny Reimann ist ein Typ aus Hamburg. Meine Heimatstadt ist Hamburg. Deswegen habe ich vielleicht eine besondere Affinität oder einen inneren Zugang zu ihm. Conny hat eine Frau, die heißt Manu und Manu hat aus Jux und Dollerei mal eine Greencard-Verlosung mitgemacht. Und was soll ich euch erzählen? Sie hat eine Greencard gewonnen und das hat Conny Klimaanlageninstallateur aus Hamburg dann zum Anlass genommen und ist nach Texas ausgewandert mit seiner Whole Family und hat dort drüben aus seinem Traum ein Konstrukt ein Konstrukt gemacht, das so auffällig war, dass du bis heute kannst du googeln, ich weiß gar nicht, wo es läuft, auf Netflix oder wo auch immer, kannst du Conny Story nachverfolgen. Er wohnt mittlerweile auf Hawaii, er hat sich also irgendwie durch Texas hindurch gemogelt, aber der ist in Texas reich geworden mit Conny Reimanns Ketchup-Soße, kannst du in gut sortierten Supermärkten heute noch kaufen hier. Und irgendwie hat er aus seinem Leben, er hat seinen Traum in die Wirklichkeit umgesetzt. Conny Reimann, das ist was für verregnete Sonntagnachmittage. Kannst du mal googeln. So ist er also ausgewandert und lebt jetzt seinen Traum. Warum reflektiere ich da so drauf? Ich glaube, jeder von uns ist mit Träumen ausgestattet. Manchmal sind die nur versandet, verweht oder irgendwie zugeschüttet. Aber ich glaube zutiefst, dass Gott Träume nutzt, innere Bilder nutzt, Vorstellungen und Wünsche nutzt, um uns in die Richtung zu orientieren, was er mit unserem Leben vorhat. Weißt du, wir sind ja kein Produkt des Zufalls, nicht irgendwie so ein Schicksalsschlag unserer Eltern oder sowas, sondern wir sind Leute, die Gott sich ja gedacht hat. Ein Impuls Gottes, ein Gedanke Gottes, noch bevor wir diese Welt berührt haben, hat er sich ausgedacht, dass es uns geben soll und er hat gute Gedanken über uns, Leute. Und so legt er eine Sehnsucht in unser Herz, er legt innere Bilder in unser Herz, dem wir folgen dürfen. Und Gott stattet uns, so meine Tiefüberzeugung, mit Träumen aus, die unser geistliches Leben entwickeln, steuern und voranbringen. Und damit du glaubst, dass es hier nicht irgendwie so an die Sommerstyle ist, was er so frei wegerzählt, will ich dir natürlich auch ein Bibelfest geben, wie sich das gehört. Der heißt nämlich, er will dir geben, was dein Herz dich wünscht. Was dein Herz dich wünscht. Er ist also etwas von ihm reingelegt und er will nichts weniger, als dass es Wirklichkeit wird, Psalm 37, Vers 4, als dass das Umsetzung und Gestalt findet, was er dir ins Herz gelegt hat. So wir alle haben Träume. Oder sagen wir mal, den Zugang zu Träumen. Oder sind von Gott her ausgestattet und er will uns ausstatten mit Träumen. Deswegen lass uns ein paar Minuten bei diesem Gedanken stehen bleiben. Denn wenn ich gesagt habe, es steuert dein Leben, es entwickelt auch dein geistliches Leben, dann brauchst du ein paar Konditionierungen, die dir jetzt helfen, das von mir hier Entwickelte auch umzusetzen. Eine erste Konditionierung, die ich dir ins Leben sprechen möchte, ist, wenn du mitschreibst, ist das so der Punkt 1, Klammer auf, ist dein Traum dein Traum, Klammer zu. Okay? Also Nummer 1, ist dein Traum wirklich dein Traum? Warum ist das wichtig? Weil Gott sich nur zu deinem Traum stellen wird und nicht zu dem deines Nachbarn oder zu dem deiner Eltern oder das, was irgendwelche Leute auf dich projizieren werden, sondern Gott stattet dich aus mit deinem Traum. Hey, als ich ein kleiner Junge war, da haben meine Eltern geträumt, ich wäre ein großartig musikalisch begabtes Kind. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Mein Vater war Evangeliumssänger, den haben sie immer auf diese Zeltmissionsbühnen gestellt und dann durfte er Lieder singen, wo in 15 Strophen das gesamte Evangelium eingepackt war. Das hat man früher so gemacht, das war damals modern. Heute machen wir das anders. Was nicht heißt, dass sie nicht auch damals Menschen bekehrt haben. Jedenfalls, keine Ahnung, aus der Ableitung, die er da getroffen hat, hat er wahrscheinlich gedacht, sein Erstgeborener ist wahrscheinlich auch entsprechend musikalisch begabt. Jeder Christ, ein Gitarrist und so haben sie mir eine kleine Konzertgitarre gekauft und mich bei Zinngräbe in Hamburg zum Musikunterricht angemeldet. Klassische Gitarre sollte ich lernen. Irgendwelche Preluden oder wie die Dinger heißen, rauf und runter spielen und so und man musste zupfen und das höchste der Gefühle war Dreivierteltakt und dann musste man mit drei Fingern zupfen. So und was soll ich euch sagen, das war so cool und alle glaubten, ich sei hoch und musikalisch begabt, bis zur Aufführung, die wir hatten und dann wurde doch sichtbar, dass zu denen, die mit mir angefangen hatten im Unterricht, relativ viel Luft nach oben war. Was für mich relativ easy war, denn ich wollte ja eh Rockstar werden und habe mir dann eine E-Gitarre gekauft, habe ich Oma so lange belabert, bis ich die Kohle hatte und dann hatte ich eine E-Gitarre, um nach wenigen Monaten festzustellen, nur an der Gitarre lag es jetzt auch nicht. Ja, was will ich euch sagen, da war wahrscheinlich eine Projektion im Hintergrund. Ich durfte mich dann innerlich davon freischwimmen, habe alles Mögliche probiert, aber das würde den Rahmen dieses Vormittages sprengen. So, also was war das? Das war offensichtlich ein Traum von außen eingetragen. Hier steht im Text immer wieder, ich träumte. Ich träumte. Hört, was ich geträumt habe. Es war Josefs Traum, es war seine Schau, das, was ihm ins Herz gelegt wurde. Und schau mal, der Unterschied zwischen jemand, der einen Traum hat und jemand, der seinen Traum lebt, ist Ownership. Konsequentes Handeln, dass sich dieser Traum jetzt auch ausrichtet und abbildet oder mein Leben sich auf ihn ausrichtet und ich ihn damit abbilde. Und das funktioniert nur, wenn es dein Traum ist. So, es muss deiner sein. Nicht der deines Ehepartners, nicht der deiner Eltern, nicht mal der deiner Gemeinde, sondern das, was Gott dir gegeben hat und was er dir ins Leben gestellt hat. Hast du den ersten Punkt? Es muss dein Traum sein. Okay? Das war Nummer eins. Nummer zwei. Zweite Konditionierung. Nimm deinen Traum gefangen. Nimm deinen Traum gefangen. Nun, das klingt so ein bisschen Pastoral, ist so ein bisschen Pastoral-Vokabular. Deswegen muss ich das vielleicht ein bisschen erklären hier. Nimm deinen Traum gefangen. Schau mal, in 2. Korinther 10, Vers 15 finden wir einen interessanten Vers, wie ich finde. Dort lesen wir, wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Okay? Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Lange Zeit habe ich diesen Vers immer aus der negativen Perspektive, aus dem negativen Blickwinkel verstanden und interpretiert. Sündhafte Gedanken müssen gefangen genommen werden, dann müssen sie Christus unterstellt werden und irgendwie am Kreuz niedergelegt werden und dort so prominent platziert und belastet werden, dass sie nach Möglichkeit dort bleiben und ich sie als Gedanke nicht wieder mitnehme. Das war so meine Vorstellung im Umgang mit diesem Vers. Bis ich irgendwann darüber gefallen bin, dass wenn ich mich nur auf das Negative fokussiere und nicht auch das positive Potenzial in diesem Vers erkenne, dann ist die Gefahr groß, dass da für mich so eine Halbwahrheit wird. Denn bei diesem Vers geht es nicht nur darum, sündhafte Gedanken gefangen zu nehmen und sie damit wieder aus dem Kopf zu führen, sondern es geht auch darum, kreative Gedanken gefangen zu führen, gefangen zu setzen und sie damit im Kopf zu behalten. Warum? Weil alle gute Gabe, alle Kreativität, all diese Impulse, sie finden ihren Ursprung nicht zuletzt in dem Schöpfer, der uns als seine Schöpfung solche Bilder mitgibt. Es bedeutet, dass jedes Wort, jeder Gedanke, jeder Eindruck, jede Erkenntnis, alles was aus Gottes Geist inspiriert ist, dass es gefangen gesetzt werden muss und ich gut damit umzugehen habe. Und gut damit umgehen heißt, das Spiel hier mit den Worten, dass ich eine göttliche Idee gefangen nehme und jetzt mit Schweißblutleidenschaft in die Wirklichkeit umsetze. Schweißblutleidenschaft ist so eine Lieblingsformel von mir, die habe ich nicht selber entwickelt, die habe ich auch nicht aus der Bibel entlehnt, sondern die habe ich von Hornbach. Hornbach ist so ein Baumarkt und die haben mal T-Shirts gehabt mit Schweißblutleidenschaft. Und ich wollte den mal für unser ganzes Team, Dream Team kaufen. Schweißblutleidenschaft, aber mein Mediateam hat mir das ausgeredet. Okay, aber das ändert mich so in der Tatsache, dass du dann Schweißblutleidenschaft investieren musst, um diese gefangen genommene Idee in die Wirklichkeit zu führen. Lass mich euch ein Beispiel geben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann werden wir über kurz oder lang irgendwann mal auf eine Tempelgeschichte stoßen und diese Tempelgeschichte, das war ein architektonisches Wunderwerk der alten Welt. Das war unglaublich, dieses Ding. Das hatte ein Ausmaß, du kannst es dir kaum vorstellen. Im 10. Jahrhundert vor Christus gebaut war es so immens, wir lesen in der Bibel von 30.000 Holzarbeitern, 80.000 Steinmetsche, das muss eine Kloppe gewesen sein ohne Ende, über 3.000 Vorarbeiter, eine siebenjährige Bauzeit und ich merke mir gar nicht ausmalen, wie die Logistik im Foodbereich aussah. Da haben sie ja jetzt nicht überall Foodtrucks hinstellen können oder irgendwie dieses amerikanische Spezialitätenrestaurant mit dem Doppel-M, sondern einfach hier irgendwas mussten sie ja entwickeln für diesen Kontext. So der Tempel war das Zentrum des Judentums. Dort ging man hin, um seine Sünden loszuwerden. Es war der Ort für die Opfer, es war der Ort für Anbetung, es war der Ort, zu dem man pilkerte, es war der Ort, über den man einen Song schrieb. Ja, da waren diese Stufen, zu denen man raufgehen musste, damit man den Tempelplatz erreichte und da hat man Lieder gesungen. Die Psalmen sind davon voll, ja, da sind die sogenannten Aufstiegszahlen drin. Da hat man dann diese Songs gesungen, Treppe rauf. Kannst mal selber ausprobieren, ob du in der Lage gewesen wärst, den Tempel zu ändern, ja, indem du mal versuchst, bei der Treppe aufwärts Lieder zu singen. Musst du konditionell gut unterwegs gewesen sein. Aber was ich eigentlich erzählen will, dieser großartige Ort, er fängt an als ein Gedanke. Er fängt an zuerst als ein Gedankengebilde. Die gesamte Geschichte des jüdischen Tempels kannst du zurückverfolgen zu einer Idee im Kopf von König David. Und darüber hinaus, es bleibt nicht nur bei dem Kopf von David stehen, es ist nicht seine Idee, wie uns die Bibel öffnet, sondern in 1. Chroniker 28 lesen wir, und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, für seine Gemächer und Obergemächer und für die inneren Kammern. Boah, war das detailreich. Und für den Raum des Gnadentrums, dazu Entwürfe für alles. Und jetzt passt auf, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen war. Für die Vorhöfe am Hause des Herrn. Alter, dieser ganze Tempel, dieses ganze Geschehen, alles was dort wirksam wurde und nicht zuletzt auch der Ort, an dem man seine Sünden vergossen hat. Dieser Ort, an dem Menschen in Berührung kommen konnten, mit dem Übernatürlichen. Er ist zurückzuführen auf einen Gedanken, der sich im Kopf eines Königs wiederfindet, der diese Inspiration aus dem Geist Gottes empfängt. Er sitzt in einer Kirche, die als Gedanke vielleicht bei Chrissy im Kopf Raum genommen hat, die aber dort nicht ihren Ursprung nahm, sondern zurückgeht zu einer Inspiration des Geistes Gottes. So geschehen Dinge, so wird Geschichte geschrieben, so verändert sich diese Welt. So kann sich deine Welt verändern, wenn das, was Gott dir ins Leben spricht, was er dir als inneres Bild abbildet. Wenn das in deine Welt, in die du, in die David, wie Gott das so downgelodet hat in seinen Kopf, vielleicht waren es Bilder in seinen Gedanken oder detaillierte Zeichnungen, die er sah, davon wird er hier berichtet. Aber eins ist sicher, die Pläne wurden für den Tempel, wurden nicht in Davids Kopf entworfen, sondern sie hatten ihren Ursprung im Geist Gottes. David empfing sie die Idee und jetzt nimmt er diese Idee gefangen. Warum kann ich das so sagen? Ja, weil hier aufgerufen wird, dass am Ende diese Gedanken und Bilder sich in Zeichnungen abgebildet haben, die weitergegeben werden konnten. Sehr detailreich. Und was passiert, wenn man Dinge aufmalt, wenn man Dinge aufzeichnet? Man setzt Gedanken gefangen. Indem er sie aufschreibt, tut er das. Später wurde der Tempel danach gebaut. Eine Idee von Gott, Leute, kann das Leben revolutionieren. Eine Idee von Gott kann den Lauf der Geschichte verändern. Und wann immer Gott eine Idee in deinen Verstand gibt, musst du sie gefangen nehmen. Du musst sie gefangen setzen. Das ist was Kostbares. Das ist nichts, was jeden zweiten Tag passiert, Leute. Sondern das ist etwas Kostbares. Und wenn du es nicht aufschreibst, wenn du es nicht konservierst, wenn du es nicht gefangen führst, dann ist das wie eine Schneeflocke. Die wird dir in den Händen zerrinnen. Sie wird wegtauen. Sie wird verschwinden. Das ist wie eine zarte Schönheit. Eine kurze Haltbarkeit nur. Du musst sie einfangen, sonst wird es verschwinden. Und du brauchst Zeiten, 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 um diese inneren Bilder wieder wachzurufen. So, Nummer eins war, stell sicher, dass es dein Bild ist. Nummer zwei war, setz es gefangen. Nummer drei ist, stell dich auf Widerstand ein. Okay? Auch das sehe ich hier im Leben von Josef. Jeder Traum, der Wirklichkeit wird, er geht und muss sich durch Widerstände durchkämpfen. Die ersten Widerstände, die ich hier bei Josef sehe, sind die, dass man versucht, ihm das auszureden. Und meistens passiert sowas mit Sarkasmus oder mit Ironie oder so. Ja, Leute denken, ja, jetzt wirklich? Benni, bist du größenwahnsinnig geworden? Ja, kommst du jetzt gleich nach einem lieben Heiland oder was? Ja, so versteht ihr? So Leute begegnen inneren Träumen und Bildern, die oft abgebildet werden, irgendwie in der Form, dass man sie in Frage stellt. Oder, hey, König willst du werden, oder? Ja. Oder so. Was hast du denn zum Frühstück gehabt, Bro? Ja? So. Also Widerstände. Und am Anfang muss man ein bisschen aufpassen, wem man das erzählt. Weil gerade am Anfang sind Träume noch sehr zerbrechlich. So achte darauf, wem du sie erzählst und stell dich auf Widerstände ein. Und hier bei Josef nehme ich die Erfahrung auf, dass die meisten Widerstände, das meiste Gerede, der meiste Widerstand kam von seinen Brüdern. Nun, vielleicht ist das nur bei Pastoren so, aber mir kommt das sehr vertraut vor. Träum weiter. Gebt nicht auf. Bleibt dran. Josef hatte mehr Gründe aufzugeben, als weiterzumachen. Im engsten Kreis total missverstanden, mit falschen Anschuldigungen konfrontiert. Menschen, denen er geholfen hat, haben ihn total vergessen. Der hatte mehr Gründe, seine Träume zu begraben, als dass er sie weiterlebt und weiterverfolgte. Träum weiter. Und wenn göttliche Gedanken, Impulse und Träume so eine entscheidende Auswirkung haben, wie ich sie heute Morgen male für uns, dann ist es gut, dass wir mal zusammen darüber nachdenken, wie man sie denn empfängt. Vielleicht sitzt hier der eine oder andere und denkt, Andi, wenn ich das so höre und du die Dinge so zum Aufruf bringst, bei mir ist mehr so ein weißes Blatt Papier oder ganz schwierig zu sehen oder herausfordernd zu identifizieren. So wie empfängt man diese Bilder, von denen ich hier spreche? Wie kristallisiere ich das Bild heraus, von dem ich meine, dass es mehr als alles andere dein geistliches Leben voranbringen kann? Ich will dazu ein Bibelfest aufrufen, der uns das sichtbar machen kann. Da heißt dort in Kolosser 4, Vers 2, lasst nicht nach dem Beten, sei dabei wachsam. Jetzt denkst du vielleicht, bis eben habe ich gedacht, jetzt kommt voll die Erkenntnis und jetzt kommst du dann mit Beten an. Ja, komme ich. Also lasst nicht nach dem Beten, aber ich will auf diesen Punkt raus, sei dabei wachsam. Seid dabei wachsam. Dieses Wort wachsam, das ist im Deutschen nicht so aufrufbar, aber die Bilder, die hier im Hintergrund für die alttestamentlichen, beziehungsweise Leute, die in der damaligen Zeit lebten, die Bilder, die da zum Aufruf kommen, sind die, dass man auf einer Stadtmauer sich bewegte und dort Wache hielt. Das war so das vertraute Geschehen, wenn irgendwie Dinge mit Wach und Wachsamkeit zum Aufruf kamen. Da hat man sofort an so Dinge wie Stadtmauern gedacht. Die Wächter waren die Ersten, die angreifende Armeen erblickten. Sie waren die Ersten, die fahrende Kaufleute entdeckten. Sie waren die mit der besten Aussicht und sie sahen Dinge, die sonst niemand sah und das lange vor anderen. Jetzt setzt das mal in Verbindung zu dem, was ich hier gerade benenne. Bete und halte Wache. Genau nämlich das passiert, wenn wir beten. Wir sehen Dinge, die andere so nicht sehen. Wir erleben und lesen unser Umfeld in einer Art und Weise, wie andere es noch nicht aufnehmen, lange bevor andere es vielleicht sehen könnten. Warum? Weil Gebet gibt uns immer die Schau aus der Perspektive Gottes. Gebet macht uns aufmerksam und verleiht uns sowas wie einen sechsten Sinn. Es versetzt uns in die Lage, die geistlichen Wirklichkeiten zu erfassen, in einer Weise, wie Gott sie uns zuspricht. Zu beten heißt, Wächter auf der Mauer zu sein, die Umgebung zu lesen wie ein Fährtenleser. Das Gebet verhilft uns zu sehen, was Gott will. Und das ist natürlich eine Form des Gebets, wo du nicht ihm deine Bitten ablehst und dann wieder verschwindest, sondern so musst du es schon so machen, wie in Psalm 5 beschrieben. Ich richte mich aus auf dich. Dort ist ausgedrückt, am Morgen richte ich mich aus auf dich. Ich finde einen Ort, ich suche einen Ort aus, der dir gewidmet ist, wo ich spähe. Das sind so Worte, die hier benutzt werden. Kannst du mal nachlesen am Nachmittag. Wo es heißt, ich bringe dir meine Bitten und dann heißt es und ich warte auf Antwort. Und ich warte auf Antwort. Und diese Art von Schau braucht diese Konditionierung, dass du dort reingehst, wie ein Wächter dich empfindest und du sagst, Gott, ich scanne das, was vor mir liegt. Ich suche das, was hier Abbildung findet. Ich möchte etwas sehen aus deiner Perspektive. Ich möchte Inneres wahrnehmen, was du in mein Leben reinsprichst. Und je mehr wir beten, desto mehr bemerken wir. Vielleicht drücke ich hier gerade eine tiefe Wahrheit so aus, dass du sie annehmen kannst, weil ich dich nicht so sehr strafe mit Worten. Je mehr wir beten, desto mehr bemerken wir. Und je weniger wir beten, desto weniger nehmen wir wahr. So einfach ist das, Leute. Und dieses Sehen kann geschult werden. Wusstest du, dass dein Sehen geschult werden kann? Es ist orientiert, es ist gewichtet, es ist fokussiert. Kannst du leicht ausprobieren. Beschäftige dich damit, dass du ein neues Auto kaufen willst. Und sagen wir, du willst einen Tesla haben. Bis eben war das nicht so auffällig, aber wenn du dich damit beschäftigst, was für Modelle es gibt und wie schnell und hast du nicht gesehen und überhaupt und was du sparst, du wirst feststellen, aber man siehst überall Teslas. Die wimmeln nur so, die kreisen quasi um dich rum. Du bist umzingelt von Teslas. Ja, so geht mir das immer, wenn ich mich mit irgendwas beschäftige. Auf einmal sehe ich das überall. Will ich irgendeine Jacke haben und denke, das ist cool, weil die habe dann nur ich und dann auf einmal merke ich, die haben alle. Das ist einfach, weil unser Sehen, wenn es einmal fokussiert, geschärft und gelehrt wird. Und so kann es auch im Gebet passieren. Wenn du ausspähst nach den Möglichkeiten Gottes, dann werden sich diese Perspektiven vor dir entwickeln. Gebet schult deine Wahrnehmung und versetzt dich in die Lage, göttliche Ideen zu erkennen. Weißt du übrigens, das aramäische Wort für Gebet heißt so viel wie Fallenstellen oder eine Falle stellen. Als ich das das erste Mal so für mich entdeckte und so ein bisschen Research mit den Vokabeln machte, da fand ich das total interessant. Eine Falle stellen bedeutet ja auch etwas festsetzen, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht so gut aus der Perspektive des Tieres, aber das Wort hat mir trotzdem gefallen hier. Eine Falle stellen. Man kann Gebetsfallen stellen. Weißt du, was eine Gebetsfalle ist, wo man etwas mit festhält? Tagebuch schreiben. Boah, Alter, jetzt geht es aber richtig ins Eingemachte hier. Tagebuch schreiben. So, das kann man natürlich elektronisch machen, ja, mit iPad oder iPhone und ich habe mir sagen lassen, Samsung hat auch ein bisschen Salbung, ja. So, aber, aber so das richtig old school, was auch immer. Ey, was ich dir sagen will, ich schreibe es irgendwie auf, okay? Das ist eigentlich die Botschaft, die ich platzieren will. Sei wachsam, schau, du wirst was entdecken, mach eine Falle draus, schreib es auf. Und meiner Meinung nach ist Tagebuch schreiben eins der meisten übersehenden und unterschätzten geistlichen Disziplinen. Aber egal, wo du es machst, am Rand deiner Bibel oder mit Kajal am Spiegel oder was auch immer, schreib es auf, ja. Habakkuk hat diesen Tipp übrigens platziert in der Bibel. Beziehungsweise Gott hat ihnen Habakkuk gesagt. In Habakkuk 2, Vers 2, da heißt es, da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeige, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit dann jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Okay? Also richtig, das ist jetzt richtig deep, ne? Weil das ist ganz lange her und so und Gott hat selber gesagt und so. Okay. Ja, also wie immer du es machst, setzt den Gedanken gefangen. Das ist das, was ich eigentlich platzieren will. Okay? Warum? Weil eine Idee kann das Leben verändern. Eine göttliche Idee kann die Geschichte umschreiben und eine Idee von Gott wird dein geistiges Leben beeinflussen wie kein zweites. Okay? Super. Also wie passiert das? Habe ich gerade gesagt, man muss das Gefangennehmen aufschreiben. Das Zweite ist, wann kommen denn diese Ideen am besten? Unter der Dusche zum Beispiel. Und andere Orte, die ich jetzt aus Gründen der Hygiene ausklammer. Aber wann am besten? Ich will dir ein paar praktische Lektionen geben. Okay? Das sind keine Verheißungen, das sind einfach nur Erfahrungswerte, ja? Aber vielfach erprobt. So, mir kommen am besten, um das zu sehen, was Gott hat, um scharf rein zu fokussieren auf das, was Gott für mein Leben hat und auch für die, die mir anvertraut sind als geistlicher Leiter. Ich brauche dafür Alleinsein und Ruhe. Okay? Alleinsein und Ruhe. Da kommen mir die besten Ideen, wenn ich alleine bin und Ruhe habe. Deswegen nix tun kann eine hochproduktive Zeit sein. Ja, sag das mal deinem Freund oder deiner Freundin. So nix tun oder deinem Ehemann ist eine hochproduktive Zeit. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, wenn wir Männer sagen, wir denken nix, dann stimmt das, weil wir können das. Aber es ist eigentlich auch eine hochproduktive Zeit. Okay? Im Alten Testament lesen wir die Geschichte von Saul, der umher ehrt und der sucht, was er nicht finden kann. Das ist diese Story, wo er die Esel seines Vaters sucht. Und wenn du in der Bibel liest, dass jemand die Esel von jemand anderem sucht, dann kannst du immer sicher sein, okay, der Typ ist nicht orientiert. Also da irren so viele Leute durch die Gegend und suchen die Esel. Sie suchen Besitz. Sie suchen Besitz. Und es dreht sie eigentlich im Kreise. Das ist echt spannend, hier mal zu sehen, wie die Bibel hier mit Worten spielt und wie sie auch mit der Lokalität und der Topografie und der Geografie spielt. Weil der Saul ist aus dem Stamm Benjamin und das war klar, wo die wohnten. Und jetzt ist beschrieben, wo er sich bewegt. Dann kannst du mal nachzeichnen mit dem Finger. Heute Nachmittag, am regenreichen Tag, habe ich eben gelernt. Ich war noch gar nicht draußen, um zu sehen, dass es regnet. Aber du hast das gesagt. Und dann siehst du, dass der sich eigentlich im Kreis bewegt, auf der Suche nach Besitz. Und es gibt so viele Menschen, die suchen Besitz. Und im Grunde eiern sie um sich selber und versinken und bohren sich in die Bedeutungslosigkeit, weil sie eigentlich nur um sich selber und um das kreisen, was sie nicht gewinnen können. Was sie nicht finden können. I still haven't found what I'm looking for. Das ist so ein alter U2-Song. Ich bin damit aufgewachsen, deswegen feiere ich ihn immer noch. Übrigens U2 ist sowieso eine der besten Bands. Also das war jetzt für einen Livestream. Was will ich eigentlich platzieren hier? Erinnert ihr euch, wie er aus dem Dilemma rausgekommen ist? Wie er reinkam in eine Struktur, in eine Situation, wo er klare Anweisungen bekommen hat, wo er ausgerichtet wurde aufs Leben, wo ihm gesagt wurde, was als nächstes dran ist? Das war der Moment, wo er realisierte, da ist ein Mann Gottes. Und er sucht diesen Mann Gottes auf. Leute, das ist immer so im Leben. Wenn du umherrst auf der Suche nach Besitz, das Suchen hat ein Ende, wenn du den Mann Gottes aufsuchst. Das Suchen hat ein Ende, wenn du dich auf den Mann Gottes orientierst. Das Suchen hat deswegen da ein Ende, weil dann Gott dir ins Leben spricht und dir Orientierung gibt. All das, wo du eben noch nachgesucht hast. Und deswegen lesen wir hier in Samuel 9, Vers 27. Und da sie hinabkam an der Stadtende, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knecht, dass er uns vorangehe. Und er ging voran. Du aber stehe jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Und jetzt löst Samuel all das aus, wo ich eben mit Worten gespielt habe. Er gibt ihm klare Anweisungen. Er sagt ihm, das Suchen hat ein Ende. Die Dinger sind gefunden, wo du hinterhergelaufen bist. Und er sagt ihm genau, was die nächsten Schritte sind. Und schau mal, ich komme aus dem Punkt hier, wie empfange ich das, was Gott mir als Bild, als Traum, als Worte, als Gedanken ins Hirn senkt. Und ich habe euch dahin geführt, dass ich gesagt habe, du musst allein sein und du brauchst ein Konzept von Ruhe um dich herum. Und genau das finde ich abgebildet in diesem Text hier. Samuel sorgt dafür, dass Saul allein ist. Er schickt den Knecht weg. Und dann lässt er ihn, so heißt es hier wörtlich im Text, stehe jetzt still. Er nimmt also Tempo raus aus seinem Leben. Und wenn du ran willst an die inneren Bilder, die Gott für dich hat, die Träume und Visionen und das, was der Himmel schon bereit hat, dass es sich abbildet in deinem Inneren, dann musst du dein Inneres glatt kriegen. Verstehst du? Der Spiegel deiner Seele muss blank sein, dann kann sich viel besser das, was der Himmel schon beschlossen hat, abbilden in deinem Inneren. Und du kannst diese Gedanken und Bilder gefangen setzen. So, wie kommst du daran? Bewusst allein sein und Orte der Entschleunigung, der Ruhe aufsuchen. Und das Zweite, was mir hilft, innere Bilder und Klarheit zu bekommen für eine Zeit wie diese, wo Dinge nicht mehr zu funktionieren scheinen, wo ich eine göttliche Navigation brauche, um irgendwie meinen Alltag und die Kirchen, die mir anvertraut sind, durch den Strudel dieser Zeit zu führen. Ich brauche neben dem Alleinsein und Ruhe, brauche ich auch Ortswechsel. Meine zweite Antwort auf die Frage, wie kommst du an diese inneren Bilder ran? Ich empfehle dir Ortswechsel. Das muss jetzt nicht sein, dass du immer gleich sofort über hohe Distanzen verreist. Das ist nicht der Freibrich, wo du sagst, Schatz, ich habe immer davon gesprochen, Hawaii ist unsere nächste Destination. Aber trotzdem bleibt das stehen, was ich sage, versuche Ortswechsel zu kreieren. Ich arbeite mit Ortswechsel für mein persönliches Leben. Wenn ich etwas wirklich erledigen will, wenn ich mich gedanklich voranbringen will, wenn du vielleicht im Studium deine Diplomarbeit endlich zum Ende führen wolltest, dann hat es wahrscheinlich geklappt, dadurch, dass du dich ein paar Meter nach links versetzt hast oder an irgendeinen Ort gefahren bist oder eine Wohnung gemietet hast oder dich bei deinen Eltern wieder einquartiert hast. Was auch immer. Aber diese Art Ortswechsel helfen, Dinge ins Ziel zu führen. Manchmal muss man sich aus seiner normalen Umgebung rausführen. Was ich übrigens auch sehe an dieser Textstelle. Denn ein Punkt, den wir eben noch nicht betrachtet haben, war der, dass nicht nur Saul führt ihn als Mann Gottes an den Punkt, dass er alleine ist und dass er Tempo aus dem Leben nehmen muss, sondern er nimmt auch einen Ortswechsel vor, er führt ihn nämlich ans Ende der Stadt. So sehen wir all diese drei Aspekte in diesem einen Wort beziehungsweise in diesem Vers gebündelt. Und Leute, ehrlich, Tempoveränderung und Ortswechsel führt immer zu veränderter und neuer Perspektive. Tempowechsel und Ortswechsel führt immer zu einem Wechsel der Perspektive. Wenn du das nicht glaubst, musst du deutsche Bahn fahren. Tempowechsel und Ortswechsel führt immer zu einem Wechsel der Perspektive. Du willst eine neue Perspektive aufnehmen. Dann versuch, dich in Ruhe zu führen. Also Tempowechsel, Ortswechsel, steh still und warte. Neue Orte aufsuchen. Wisst ihr, unser Kopf bemerkt, manchmal Dinge nicht so, er ignoriert sie. Deswegen müssen wir uns aus unseren inneren Routinen rausführen. Das ist einer der Gründe übrigens, dass es eine gute Idee ist, dass es Christi mal auf einer Missionsreise zu begleiten. Das ist ein Ortswechsel, massiver übrigens. Oder Leitungskongresse besuchen, Gemeindefreizeiten. All das kann eine lebensverändernde Wirkung haben, weil du diesen Ortswechsel vornimmst. So, lass uns doch mal nach Habakuk schauen. Den haben wir ja schon zum Aufruf gebracht, den guten Mann. In Habakuk 2, Vers 1 steht, Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Und dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Mann, du redest die ganze Zeit von inneren Bildern, ich sehe nur verschwommen. Ich sehe Menschen wie Bäume, das kommt ja auch vor in der Bibel. Ich sehe die Dinge nicht klar. Ich weiß gar nicht, was sich da so innerlich abbildet. Ich habe vielleicht eine Ahnung oder eine Struktur, aber ich wünsche mir so sehr, dass das sichtbarer wird für mein Leben. Ich möchte da reinfragen in der Weise, dass ich dich frage, hast du denn einen Wachturm, auf den du kletterst? Gibt es denn so eine Mauer, die du erklimmst und auf der du dich wie ein Wächter bewegst und Ausschau hältst? Du brauchst so einen Ort, wo du deinen Routinen entkommen kannst. Vielleicht ist das deine Kammer und das ist okay, wenn die Kammer gar nicht so weit weg ist, aber du solltest sicherstellen, dass du einen guten Empfang darin hast. So, wohin gehst du, um neuen Durchblick zu bekommen? Also ich meine das ganz praktisch. Ja, jetzt nicht denken, der Pastor redet hier im übertragenen Sinne und wahrscheinlich sind seine Worte irgendwie Metaphern. Nein, nein, ganz praktisch. Gibt es einen Ort, wo du hingehst? Von dem Erfinder der Glühbirne, von Thomas Edison wird berichtet, dass er einen Denkerstuhl hatte. Der hatte einen definierten Stuhl und wenn der was denken wollte, dann hat er sich auf einen Stuhl gesetzt und es ist sogar überliefert, dass er so eine Metallkugel in die Hand nahm und mit der rumspielte, so lange, bis er eine neue Idee hatte. Das war nicht ganz praktisch. Keine Ahnung, wir ticken wahrscheinlich so, wir Menschen. Wir brauchen sowas. Der Erfinder des Telefons, der Graham Bell, der hatte einen Traumort, das war eine Lichtung in einem Fluss und wenn er irgendwie eine neue Idee brauchte, dann ging er dahin. Weißt du, wenn ich meine inneren Bilder klarziehen möchte, dann habe ich zwei Orte. Ich habe einen Sessel in meinem Arbeitszimmer. Das Ding sieht aus wie, das darf es doch nicht groß verschieben. Also vielleicht bin ich so ein bisschen oldschool, aber der muss so stehen, wie er steht und rechts davon steht ein Tisch und auf diesem Tisch steht ein Kerzenständer und seit neuestem steht in diesem Kerzenständer auch eine Kerze und die mache ich an. Das ist jetzt ganz neu. Das ist wenige Wochen. Habe ich so um Weihnachten herum entwickelt. Wahrscheinlich werde ich jetzt richtig alt und ich brauche Erleuchtung und so. Aber was ich damit sagen will, es ist so dieser, ich brauche diese Routine, dass ich sage, hier stehe ich und ich spiele aus, ich bin ein Wächter. Ich warte auf das, was du mir sagst, Herr. Ich will das klarer sehen, was du in mir ablegst. Und einmal im Jahr laufe ich irgendwelche Schneisen in den Sand von Dänemark. Also ich bin ja oben aus dem Norden, da wo die Schafe keine Locken mehr haben, wenn es stürmt. Und ganz da oben, da laufe ich dann Schneisen in den Sand von Dänemark. Und ich weiß nicht, wie viele Gedanken, wie viele Ideen, all das, was wir auch um Hobkirche entwickelt haben, ist in langen Spaziergängen an einem Ort entstanden, wo ich in die Weite blicke und ich blicke und ich blicke und ich blicke und es kommt ganz lange gar nichts und dann kommt England und dann gucke ich darüber hinaus und dann kommt nur noch New York. Ja, also so ganz weit. Wisst ihr, was ich meine? Ihr guckt ja immer gegen den Taunus, wenn ihr hier gucken wollt, aber das geht da oben. Wo gehst du hin? Das meine ich echt praktisch. Du willst, dass Gott deine Bilder sichtbarer macht, dass es sich klarer abbildet. Wo bist du unterwegs? Wo gehörst du Gottes Ideen? Wo seine Stimmen? Und wenn du sie dann hörst, dann hast du hoffentlich verstanden, dann musst du sie gefangen nehmen. Weil das ist was Kostbares. Eine göttliche Idee kann diese Welt verändern. Eine göttliche Idee kann deine Welt verändern. Da, wo Gott dich hingestellt hat, das hat sich nie verloren. Gott hat dich hingestellt, als jemand, der seine Umgebung gestalten soll. Du bist keiner, der rumgeschubst wird, sondern du stehst auf und du gestaltest. Das ist von Anfang an dein Job. Gott hat gesagt, herrsche im positivsten Sinne. Das heißt, nimm Einfluss, gestalte, mach aus Natur Kultur. Hast du hier darüber nachgedacht, warum es am Anfang ein Garten war und später eine Stadt ist? Weil wir aus Natur Kultur gestalten sollen. Zivilisation, Gesellschaft. Das war immer das Ziel. Wir sind hier reingestellt, um zu formen, um zu gestalten. Und klar, du wirst nicht die ganze Welt verändern können, aber du wirst deine Welt verändern können. Und einen Unterschied machen. Und das macht einen Unterschied, ob du morgens aufstehst mit deinem inneren Bild, wie du deine Umgebung gestalten willst und du stehst auf und du trittst in dein Studium ein, in deine Arbeitsplätze und sagst, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auf Erden. Wir werden sehen, dass hier die Herrlichkeit Gottes regiert. So, was ist die göttliche Idee, die Gott dir gegeben hat, die dein Potenzial herausfordert, dass du diese, deine Welt veränderst? Was ist dein Garten, den du bebaust? Wo Gott dich reingesetzt hat und wo du aus Natur Kultur machst, wo du Dinge gestaltest, wo du sie bebaust, wo du sie bewahrst. Und Herr, ich will, dass du weiter träumst, dass du träumst. Ich will, dass du Gedanken hast, die von Gott kommen und dass du sie umsetzt. Weißt du, ich habe in den vielen Jahren, in denen ich Jesus nachfolge, jetzt habe ich eins entdeckt, nichts lässt dich mehr aufstehen, lässt dich weitermachen, trotz Widerständen, lässt dich immer wieder aufstehen. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er krabbelt immer wieder hoch, er läuft weiter. Nichts lässt sich mehr aufstehen, als innere Bilder, die dich antreiben, das was Gott dir gegeben hat. Ein göttlicher Gedanke wird dein Leben revolutionieren und verändern. So tu es, wie Josef. Hör und tu es. Mach und tu es. Nimm wahr und tu es. Wirst du immer einen Beweis für den Händen halten? Nein. Hatte Josef einen Beweis für den Händen? Nein. Aber er geht im Glauben und er setzt um und er gibt alles und am Ende schaut er zurück und findet sich in der Linie, denen das Kostbarste anvertraut war. Wow, ich will dazugehören. Ich will lieber einmal mehr etwas versuchen umzusetzen, als dass ich gar nicht jetzt losgehe. Versteht ihr? Lieber einmal mehr versuchen etwas umzusetzen, wo ich vielleicht ein bisschen daneben gegriffen habe, als gar nicht erst losgehen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Spruch zusammenkriege, der kommt mir gerade ins Heren. Also lieber will ich mich wie ein Adler bewegen. Den kriege ich nicht zusammen, sorry. Aber ja, ich will lieber ein Adler sein, oder ich will lieber ein Huhn sein, das sich für einen Adler hält, als dass ich ein Adler bin, der sein Leben lang sich wie ein Huhn verhalten hat. Versteht ihr, was ich meine? Okay, danke Jesus, dass das noch geklappt hat. So, lass mich eine letzte Konditionierung eintragen, okay? Die vierte, und die heißt, sei geduldig. Sei geduldig. Träume empfängt man lange vor der Zeit, wo sie verwirklicht sind. Wenn du einen großen Traum hast, gib alles. Schweißblutleidenschaft, wie ich gesagt habe. Aber stell dich auch darauf ein, dass manches 40 Jahre dauert. Du bist in guter Gesellschaft, wenn Dinge lange dauern. Alles im Reich Gottes geschieht, wenn die Zeit erfüllt ist. Okay, im Reich Gottes läuft Zeit nicht ab, sondern sie erfüllt sich. Umstände gestalten sich, bis der Moment da ist, und es heißt, die Zeit ist erfüllt, und dann sandte Gott seinen Sohn. Manchmal dauert es einfach, bis ein Traum wahr wird, aber Gott gibt dir Träume. Gott arbeitet über diese inneren Bilder. Er hat einen Plan für dein Leben, vor Grundlegung dieser Welt. war es nicht nur du ein Plan, sondern auch er hat einen Plan für dein Leben. Und er legt dir diese Pläne, er macht sie dir sichtbar über innere Träume und Bilder und Wünsche, die er in dir generiert. Und er möchte, dass du mit diesen inneren Wünschen in Deckung kommst. Und im Übrigen gibt es keine, nichts, was mehr Lebensqualität mit sich führt, als dass der Wunsch Gottes und deine Wünsche in Deckung kommen, Leute. Mehr Lebensqualität kannst du auf dieser Erde nicht erreichen. Und deswegen ist das so vielleicht ein unorthodoxes Ende. Eigentlich bauen Prediger den Spannungsbogen ja so auf, dass sie jetzt fragen, wer will Jesus sein Leben geben? Also mache ich auch gleich noch, weil das ist total wichtig. Aber ich gehe davon aus, dass sich jetzt Sonntag an eine Zeit wie diese durch den Karnevalszug in der Mehrzahl Christen durchgekämpft haben. Und ich bin so dankbar, dass ihr da seid. Und ich möchte eins sicherstellen mit diesem Gottesdienst. Dass du hier raus gehst und deine inneren Träume wieder frei bläst. Deine inneren Bilder wieder aufstehen lässt. Dass das, was Gott dir gegeben hat, sich erneuern kann. Warum? Weil wie kein zweites wird es dein geistiges Leben beeinflussen. Es wird dafür sorgen, dass du auf der Spur bleibst, dass du fokussiert bleibst, dass du nicht abdriftest, dass du nicht gelebt wirst, sondern dass du dein Leben zielorientiert lebst. Horace sagt, auf das Ziel hin legen wir Dinge ab. Wir stecken Dinge weg. Nicht alles, was wir wegstellen, ist schlecht, aber jemand, der einen Marathon laufen wird, der wird sich irgendwie von Chipstüten fernhalten. Warum? Nicht, weil Chipstüten Sünde sind, sondern weil sie irgendwie den Trainingsfortschritt hindern können. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir dieses Bild vor Augen haben, es wird unser Leben orientieren. Deswegen sage ich immer wieder, nichts wird dein Leben, auch dein geistiges Leben, mehr konditionieren, als dass du einem inneren Bild folgst. Einer inneren Vorstellung, etwas, was Gott dir geschenkt hat, was er dir gegeben hat. Vielleicht bitten wir gerade mal den Heiligen Geist, dass er die inneren Bilder, die wir schon hatten, dass er die mal so frei weht, dass die wieder sichtbarer werden. Herr Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du genau das tust. Dass du mit so einem sanften Wehen kommst, dass es einfach hier so über unsere Versammlung weht. Und der die inneren Bilder wieder frei pustet. Sie frei weht. Komm, heiger Geist. Komm, heiger Geist. Darf ich prophetisch zu euch reden? Ich habe einen Impuls für den jungen Mann hier vorne. Darf ich dich bitten, kurz aufzustehen? Alles, was wir sprechen, muss geprüft sein. Deswegen bitte ich dir, es zu tun. Aber ich habe den inneren Eindruck, dass du zurückblickst oder in einer Zeit gestanden hast, wo sehr viel Leid in deinem Leben war. Entweder wurde Leid an dir verübt oder du bist durch eine leidvolle Situation gegangen. Das, was ich dir zuspreche, ist, dass ich dich so stark ermutigen soll mit diesem Wort, Gott sieht dich. und er weiß um dich, er weiß um deine Geschichte und er weiß auch, wo du durchgegangen bist. Und in diesem allen warst du nicht allein, auch wenn du dich so gefühlt hast. Er war immer da. Und er möchte dir zusprechen, dass er gute Gedanken über deinem Leben hat. Du sollst aus der Erfahrung der Vergangenheit, auch das, was leidvoll war, nicht schließen, dass du Angst haben musst, in den Plan Gottes einzumünden. Sondern Gottes Gedanken sind gute Gedanken, Gedanken der Liebe und des Friedens über deinem Leben. Und was du als inneres Bild siehst oder was er dir als inneres Bild schenkst. Du darfst es umarmen, ohne dass die Sorge von Angst mitgeführt wird. Genau. Und wenn wir vorhin im Lobpreis waren, hatte ich den Impuls, dass jemand hier ist, der in einer starken Hautkrankheit leidet, die sehr juckt. Und auch in den Kniekehlen, dass es dort juckt. Und ich habe einfach eine innere Entscheidung getroffen vor Jahren, dass ich mich lieber einmal mehr zum Affen mache, als einmal zu wenig. Also ist jemand hier, den das betrifft, dann möchte ich dir gerne Heilung zu sprechen. Dankeschön. Darf ich gerade für dich beten? Komm, wir stehen mal auf und drücken einfach Hände aus. Herr Jesus, ich bete, dass an diesem Tag eine Veränderung geschieht. Ich spreche Heilung aus über den Leib meiner Schwester. Vater, ich bete, dass du dort hineinkommst und dass du die Schöpfungsordnung aufrichtest, dass du deine Strukturen in dir ausrichtest. Ja, und ich bete, dass dies der Tag ist, an dem Besserung geschieht, von jetzt an, und dass diese Veränderung, diese Heilung hineingreift in ihren Körper und eine Struktur der Veränderung erwirkt, göttliches, sichtbares Handeln von dir sich zeigt. Im Namen Jesu bete ich um Heilung für den gesamten Körper und eine Wiederherstellung des Ursprünglichen, das, was du erdacht hast. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Yes, Dankeschön. Und noch ein letzter Impuls und dann gebe ich die Bühne hier wieder an die großartige Lena. Heute Morgen saß ich im Auto und habe mit dem Heiligen Geist darüber geredet. Mache ich eigentlich immer so. Er ist der gegenwärtige Gott. Und er hat mir einen Impuls gegeben für jemanden, der lila Schuhe anhat. Und keine Ahnung, ja. Gibt es irgendjemanden, der lila Schuhe hat? Wenn nicht, ist auch cool. Aber ich habe einmal gelernt, gehorsam zu sein. Also lila Schuhe haben wir nicht im Raum, ja. Okay, coole Nummer. Lena, komm. Du bist dran. Oh, ich habe noch gar nicht gebetet für die, die sich bekehren wollten. Das ist total wichtig. Ja, das ist total wichtig. Pass auf, das ist echt wichtig. Weil du musst angeschlossen sein an deinen Schöpfer. Ja, du bist seine Schöpfung und dein Schöpfer hat die besten Pläne für dich. Und damit er diese Pläne downloaden kann, musst du dich zurückbinden an ihn. Wir Menschen haben uns immer zipiert. An irgendeinem Punkt haben wir gesagt, das kriegen wir ohne Gott hin. Ja, das ist das, was in die Geschichte eingegangen ist als Sündenfall. Da haben wir gesagt, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, Gott. Wir kriegen unser Leben alleine hin. Und die Wahrheit ist, schaffen wir nicht. Und in dem Moment, wo du dich zurückbindest und sagst, du bist mein Schöpfer und ich bin dein Geschöpf und ich möchte in diese Beziehung zu dir zurück, da löst du das aus, wovon ich gesprochen habe hier. Ist das okay, wenn ich so mit dir rede? Und ich wünsche dir so sehr, dass dein Leben sich verändert, dass du auf eine andere Ebene kommst. Weißt du, das funktioniert mit einem Gebet. Du sagst einfach, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gekommen bist. Warum wendest du dich an Jesus? Weil er gesagt hat, ich bin die Tür zum Vater. Er ist die Tür zurück in diese Verbindung mit Gott. Und du sagst, ich verstehe nicht alles, aber ich kapiere, dass du der Weg bist. Deswegen bitte ich dich, dass du in mein Leben kommst. Vergib mir meine Sünde, damit ich zu Gott kann, weil Gott ist heilig und rein. Wir können nicht einfach bei ihm in den Thronsaal marschieren, sondern wir brauchen, dass wir das annehmen, was Jesus für uns gemacht hat. Und dann startet ein neues Leben, Leute. Und wenn du sagst, Pastor, keine Ahnung, was du da alles so sagst, ich verstehe auch nicht jedes Detail, aber ich nehme in mir wahr, dass es gut wäre, darauf jetzt zu reagieren, dann darf ich dir sagen, es ist der Heilige Geist, der da an dir wirkt. Und dann lass dich doch mal drauf ein. Ich verspreche dir, wenn du dich drauf einlässt, dann beginnt ein Abenteuerleben. Nichts ist mehr wie vorher. Das Ganze ist nur ein Gebet weit weg. Wollen wir das Gebet zusammen sprechen? Okay. Wie machen wir das? Also ich kann natürlich einfacher für dich beten, wenn du mir sagst, es geht hier um mich. Damit es dir einfacher fällt, das zu machen, bitte ich die anderen jetzt mal, alle Augen zuzumachen. Okay. Und dann frage ich dich, gibt es hier jemanden im Raum, der sagt, Pastor, kannst du mit mir beten? Ich komme nicht zu dir hin, dann mache ich von hier vorne. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Und komm, wir sprechen alle miteinander dieses Gebet, weil das ist gut, wenn man Jesus sein Leben öfter gibt. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du meine Tür zum Vater bist. Danke dir, dass du meine Tür zum Vater bist. Ich möchte mit dir leben jetzt. Ich möchte mit dir leben jetzt. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Sünde. Mach mich zu einem Kind Gottes und lade deine Gedanken in mein Herz hinein. Amen. Amen. Hey, danke, Ekklesia Family. Applaus